Ja Pyro, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo auf meinem Kanal. Heute gibt es aus der Iskaline Serie den Green Goblin mit 131 Schuss, eine Brenndauer von 90 Sekunden, ein Kaliber von 20 Millimeter mit 1718 Gramm. Mal schauen wie die Kiste so ist. Los geht's! Wenn es so ist, gehen wir beim Nachbarn in die Kiste. Also, eine Lange, die ihr baut, sind wir dann weiter. Wir wollen, also. Dann geht's! Die Luft ist möglich zu sagen. Dann geht's! Der ist schon über den Marken und zuvielmacht. Der ist ja immer wieder, beim Nachbarn hat. Wenn ihr euch bereitere, schreien die Förderer- oder ihr das umgelembretung ist! Ich bin ein wenig zuvor, ich bin ein wenig. Ich bin ein bisschen zuvor. Das war's für heute. Das war's für heute.